Also ich finde der Lava-Tank gehört schon da unten hin, wo er ist. Ja, wenn der dann noch ein paar restliche Maschinen bauen will, beispielsweise das Solar-Panel da oder sowas, dann würde der Berg eigentlich auch ziemlich groß sein. Aber wenn du magst... Dann bau doch den Berg ab! Ne, ich muss gerade mit mir denken. Denken? Redest grad mit mir selbst, ja? Ne, ich muss gerade... Zeug jetzt so lange mit dem Lava-Tank kattig machen, damit ich dann auch noch... Oh! Ich will die Zeug noch hier sein. Au! Hörte sich professionell gestürzt an. Auf jeden Fall. Abgerollt und so. Bitte lasst die Maschine beim Fieber nicht auf den Knaben klicken lassen. Verdienen mich wirklich Glückliche. Meine Presse. Ich sehe nichts mehr von der Dunkelheit. Ich sehe nichts mehr von der Welt, oder wie? Ich sehe nichts mehr von der Welt, oder wie? Tschüss. Gut, die haben überlebt. Und du gehst ja ohne Fackeln aus dem Haus. Ja und? Ich bin halt so verrückt. Rüttter Mongo, Junge. Junge, Mongo! Junge, Mongo! Das ist schön. Ja, Tashi left's the game. Gibt gleich ne Abmahnung hier, Junge! Einfach... Au! Du dreckst verfickte Pissnelgenspinne! Schlag mich noch einmal und ich töte dich! Pissnelgenspinne? Ja, Pissnelgenspinne! Neue Rasse! Gerade eben entdeckt und so. Nein! Alter, da stehen in unserem Tiergatter auf einmal drei Skelette! Geil! Da muss auch noch Licht hingehen. Ja, los! Ich weiß auch nicht, was Train den ganzen Tag macht. Eeeeeeeeee! Haus bauen! Im Regen stehen, nass werden Regentropfen zählen Das könnt ihr mir vorstellen Nö, aber ich muss sagen, wenn die Pfützen gefroren sind und ich bin gerade lustig drauf Dann springe ich auf den Pfützen so lange rum, bis sie kaputt gehen Er sagt dann Ich hab gerade mal nur einen Teil vom Haus geschaut Hier klopft ein Zombie an der Tür Ich bin schon auf dem Weg Du kleiner SIA-Drecksfett, sagt ein Zombie, Alter Machst du Stress, oder was? Machst du Stress, du kommst hier nicht rein Junge Multiplayer Da Defensivs, der ist in der Tür drauf Kenn ich gar nicht Tachi, join the game Jetzt will ich den Bücher er da abladen Er hat einer zufälligerweise vier Steine Ja, komm her Ich hab ein ganzes Deck Du brauch nur vier Wo bist du? Ich gucke den Teller Ich komm mal hoch Nee, ich komm mal runter, ich gucke den Keller Hallo Ich bin so fett und so schwer Bist du Meister? Da ist er Ich darf doch hier schon drauf gehen Nee, hier ist alles in der Basis Gut, nee, jetzt hab ich nicht gesehen, weil ich hab ja Einzweich Da, eins, zwei, drei, vier, 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 vier Dankeschön, Ralf Ah, der, der, der sieht richtig geil aus aus dem Keller, für viel Material Der wird gerade so weit. Ich freue mich schon auf das Baumhaus, Alter. Die allerbeliebte Frage wieder, wo habe ich das Eis nicht getan? Das ist im Ofen hier oben. Nein, ich hatte mir noch selber... Wow, ich hasse es, wenn ich Knochenmehl nehme. Das Eis, das ich gerade noch dabei hatte, hatte ich gerade für die... ... mit den Steinen geründet. Die Minimstone. Ja. 55 Eisen. Mensch, lebst du. Göttliche. Ich habe den ganzen Stack noch reingeschmissen. Ja. Ja, komm schon. Ich bin raus, Ene. Soll ich euch mal sagen, ich habe das Zeitgefühl verloren? Wir haben das halb eins. Ja, ja, ich weiß, wie spät. Halb zwei. Halb zwei, genau. Aber wann haben wir aufgenommen? Halb eins. Okay. Wir nehmen doch die erste Stunde auf, oder? Doch. Kann hinhauen und wenn. Das letzte Mal haben wir eine zweieinhalb Stunde aufgenommen. Oder Stunde 40, glaube ich, oder so. Warte mal. Jetzt hätten wir noch einen Teil einer Maschine, dann könnte ich fast das Ding bauen. Dafür brauche ich... Copper. Natterbrick. Kotzinn. 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 Uuuaah, Regenbogen. 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 Oh, fick dich Zombie, Alter. Fick du. Fick deine Zombie-Mami. Junge, deine Mama stinkt nach Maggi. Hm. Mh. Hm. Aber sag mal später, wenn wir zaubern können, brauchen wir eigentlich gar keinen Dings mehr. Was? Was? Ähm, gar keinen hier. Gar keinen Maserator. Ja, das hier ist später. Weil, wenn du nicht dran denkst, dass wir dann... eine Spitzsacke haben, womit wir das halt machen können, oder? Was, du willst cheaten? Hab ich gehört. Genau. Zaubern und da kannst du halt eine Spitzsacke machen. Die kann, ähm, wenn du Glück hast, von ungefähr 33%, was willst du jetzt bei mir? Nimm mal weg. Danke schön. Ich hab nur noch Holz gemacht. Ähm, da kannst du... Jetzt hast du mich schon einen Faden weggebracht. Äh. Die Spitzsacke, die verzaubert ist. Genau. Können wir vielleicht mal pennen gehen oder so? Weil dann... Nee. Ich würde gerne mal schnell weiterarbeiten. Dann komm, hier. Hier ist keiner. Jetzt hätte ich so nicht weiterarbeiten müssen. Da draußen ist dunkel. Fick dich, Tashi. Ja. Ich trinke erstmal einen Kaffee. Bock auf Kekse habe ich auch. Ich freue mal ein ganz stückes zurück hier. Also die Folge, die ich ja... Also, naja, okay, die Folge müsste eigentlich schon nichts draußen sein, aber ich weiß ja nicht die Kommentare, bla bla bla, ich will auch nicht spoilern. Aber ich freue mich schon... Ähm, ich wette, Bruder, komm, eh keine Kommentare. Du kannst gar nicht spoilern, weil diese Folge wird jetzt ausgestrahlt, nachdem die andere gelaufen ist. Ja, aber die Folge kommt ja erst. Ja, aber die erste Mal laufen, wenn diese Folge läuft. Ja. Stimmt. Stimmt! What the fuck! Ich freue mich schon auf die... Oder... Die Folge, wo ich Kekse gegessen habe. Freue ich mich schon. Ach, gut. Das ist ja jetzt einfach ein Netherbrick herzustellen. Ich brauche jetzt einfach nur Kohlen, eine Minion Stone und... Vor allem, das sind ja immer noch die Kekse, die die Dame gebacken hat für mich, ne? Mhm. Ich will mal schnell ein Nether... Da hab ich noch... Du kannst auch hier die Toten... Totenböten-Dinger da... Wo du die ganzen, äh... Kuchen reinpacken kannst, um sie zu transportieren, ne? Kannst du mir mal erklären, worum uns nicht gegangen sind mit Zombies? Und, ähm... Da hab ich... Da hab ich noch, ähm... So einen ganzen halben Deckel voll über Kekse. Na gut. Die Alte ist nicht mehr in der Burg und trotzdem noch Kekse da. Ja, mit der hab ich ja noch Kontakt also. Oh Mann ey. Ich seh schon, das wird hier ne Menge Terraformen, bis das irgendwie aussieht. Ja. Was meinst du, draußen oder was? Mann, ich bin hier eigentlich vorbei. Mhm. Ja, der Garten, der muss auch noch verschoben werden. Der... das Feld, ja. Das wird aber ja ähnlich wie in der Testfeld. Ähm... Ich will ja auch noch ein wichtiges Bauernhaus bauen. Also wo die ganzen Tiere... Aber ich sag's mal so, ähm... Ich werd dann für mich so noch einen separaten Teil in der Alte-Welt bauen. Iron, du weißt, was ich meine? Denk ich mal. Atombombe? Ne. Ne, nicht nur ansatzweise Atombombe. Das haben wir erst gebaut, ähm... Kommen wir von der... Festwelt wieder weg. Und... Und... In... In... In der Aufnahme danach, dann hab ich dann halt noch etwas, was gebaut ist oder so. Ah... Das ist was Kleines. Kleines. Genau. Iron, hast du was eigentlich so großartig zu tun jetzt? Ich mach dir grad den... den Weg frei für deinen Balkon. Hä? Meinst du auf der Seite, wo ich grad bin, oder wo? Ne, genau andere Seite. Ah, okay. Weil hier, äh... Ach, wir kommen schon ins... Schon uns entgegen. Äh... Donnerstag... Oh Gott, Scheiß. Ja. Beziehungsweise Mittwoch. Ja, der Tag, der, wenn die Folge rauskommt, schon längst zwar. Oh, der ist, komm. Ne, ich stehe jetzt, ähm, darum, dass ich ähm... Donnerstag prüfen wir. Also, diese Prüfung abgeben muss. Machst du den Abschluss, oder was? Ne, ähm... Unsere Physiklerin war so nett. Er hat uns Prüfungen vom letzten Jahr gegeben. Oder von den letzten Jahren. Diese Leute lösen. Naja, das bestimmt so eine geile Fixsau oder so. Ich geh' euch noch mal die letzte Prüfung vom letzten Jahr. Ähm, da wollte ich zum Beispiel dabei... Kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Und der erste Aufgabe war Elektrizitätslehrer, ne? Ich hab' mir das auch wohl nicht durchgelesetet. Ich hab' mir das einfach nur angeguckt. Hast' mal. Ja. Ding, was wär's denn so... Dienstag, fertig machen. Ah, ich hab' in meiner Physik... Physiksabschlussprüfung eine komplette Eins geschrieben. Selber. Das war halt ne Hauptschule, ne? Aber trotzdem. Ich bin da rein. Fünf Minuten später war ich fertig. Ja, mit fünf Minuten. Hä? Ich hab' mir vor wie fünf Minuten. Na ja, kam mir so vor wie fünf Minuten, also. Alter, so ein Drecksplupper hier. Was wirst du? Ich brauch' echt langsam mal ein Schwert, ey. Ich glaub' ich geh' erst... Mach' dir eins. Diamanten haben wir da. Oder... Eisen. So, boah, ist halt der... Eisen reicht hier erstmal. So, also wir haben jetzt alle drei wieder das Texture-Pack, ne? Also... Mh. Geil! Inventar voll. Mh. Mein Lion. Moment, wo noch Steine sind. Essbarer Schleim, Alter. Gleich mal probieren. Ich bin so ein Idiot, ey. Ja. Gut, dass es sein wird. Gut erkannt. Siehste, ich muss ja noch Steinen brennen. Muah. 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 So, jetzt muss ich da nur noch eine Leiter. Wir... Wir haben so viel Erde, ja. Da wird gleich noch eine ganze Minute dazukommen. Warte mal, ey, ich mach' jetzt... Die drei Kabelweisen, ne? Schufe ich jetzt schon... Ayla, wir müssen unbedingt bald mal ein Dach aufs Haus bauen, ey. Ist doch schlimm. Ja. Ich mach' uns jetzt mal ganz schnell hier irgendwie Holzkohle oder so. Sex Regen. Oder hast du... Oder hast du Kohle mitgebracht? Ja, ich hab' hier unten immer ein paar Stecks Kohle. Ja. Weil hier oben, an dem Öfen sind keine, deswegen mach' ich mal ganz kurz Holz... Hol... Holzkohle! Ja, hier unten sind über drei, sechs Kohle. Jetzt bin ich runtergelaufen und heute war schon. Nee, lass' mal. Ey, Alter, die Wolle will ich erstmal loswerden hier jetzt. Hier, äh, unten bei mir gerade. Ach, Feuerscherben, Alter. Alter. Das da. Alter, die Wolle aus der Erdkiste. Da. Ja, ich hab' die erstmal zwischengelerkert. Aua. So. 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 Guten Tag. Ach, hi, Tashi. Guten Tag, tschüss. Tashi? Nein. Doch. Was denn? Wir wollen noch ganz viele Kisten mehr. Haha, richtig viele Kisten. Das kannst du denn bitte nicht mal brauchen. Ich hab' jetzt erst was zu tun, dass ich ein Lava-Tank hatte. Das ist mir schon klar. Juuu. Oh, der Regen kotzt mich echt wirklich langsam, ey. Ah. Da gebrochen, Haus. Äh, Dach. Ja, ich bin nicht mal mit der ersten Etage fertig, aber... Ich weiß auch nicht, wie ich die erste Decke, mit welchem Rohstoff ich die Decke reinziehen soll. Mit brüchigen Stein. Gehen Sie bitte weg. Achso. Na, tiefer Zinklumpen kenn' ich gar nicht. Hä? Mit Stein, oder was? Was kennst du nicht? Soll ich die mit Stein reinziehen, oder mit dem hellen Holz wieder? Rain. Und dann tiefes, äh... Na, tiefer Dingsabumse, was du grad da brennst, brennst und so. Das kenn' ich gar nicht. Nur noch zwei. Durch die Stein hab' ich gesagt. Wie? Also den du da rausschlägst, oder was? Nein. Und da gibt's noch extra welchen, der ist weißer. Also... Okay. Kenn' ich nicht. Erde and Wayne. Erde and Wayne. Was hat... Was kennst du nicht? Das, was so grad' im Ofen brennt, kenn' ich nicht. Achso. Ja, das ist sowas wie, was ich rumfühlen habe. Wo ist achso, ich hab' ich jetzt gewundert, wo das Eisenminister bleibt. Ich sag' nicht, stopp. Ey, ich muss mal auf Arbeit angefangen und erst mal fragen. Wie muss ich arbeiten, den Junge? Das ist immer so ätzend, wenn... wenn... wenn noch nicht die Dienstpläne dran stehen. Ich hab' mir vorgestellt. Schule ist ja geil, wenn da kein Plan dran steht. Ach, schulfreie Kuh. Bleib schon mal daheim. Oder... Süße Mami, ich bin krank. Dann bleibst du auch zu Hause. Zockst du halt ein bisschen Minecraft. Nee, es war doch nicht auf dich bezogen. Alter, es pisst in Strömen, ja? Brüchiger Stein, zeig mir das mal, bitteschön. Iron. Hab' ich hier noch nicht gefunden. Im Testgebiet haben wir welche. Hm. Also, so lange keine Decke, oder was? Ja. Wo hast'n den gefunden? Höhle, oder was? Nee, einfach oberisische. Oberisische Fläche an so kleinen Bergen. Oberisische Fläche. Also, du meinst aber kein Kies, oder so, ne? Nein, nein. Kommt an Marmor schon ziemlich nah ran. Ach, der Stein, den wir schon mal zuerst hatten, oder? Nee, nee, das war was anderes. Das war ja... Bist du immer noch dabei abzubauen, oder was? Hm. So, ich geh' jetzt ins Ding. Oh, nö. Schade, da war was dazu, ich wollte ich eigentlich hier unten mal stehen, aber da kam ich nicht mehr hoch. Ich schmeiß' den Kopf nach drin bei der Sache. Ich schmeiß' den Kopf nach drin bei der Sache. Brauch' auch noch Obsidian. Haben wir wieder nicht. Ja, und ich hab' wieder kein Holz. Ich hatte einen Obsidian im Winter. Es reicht nicht, glaube ich. Nee, es reicht nicht. Ist egal. Ich will mir noch... Ich will mir noch schnell welche. Hm. Wieder schnell. Dammer. Rauch. Ich war, dass der gesagt hat, hier den Berg eben ein bisschen umformen, ne? Ja. Ach, ne. Ach, ne. Wenn ich jemals wieder sowas sage, ne? Glaubt mir nicht. Okay. So, jetzt hab' ich ja wieder Holz. Alter, ich bin doch so bescheuert, ne? Ja. Ich hätte... Warum bin ich vor uns vorn gegangen? Ich hätte einfach mal unten bei unserer Turtle Quarry, wer ist da? Ähm, beziehungsweise wo wir unsere Turtle ausgraben lassen, haben eigentlich das Zeug aus der Wand kloppen können. Boah. Oh, Mann. Guck' mal, hier sind 20 Obsidian und 18 Eis. Und 8 und 12 Emerald. Und genug Red Zone.